Musik Mit meiner Reihe Stoffpacks an war ich heute hier bei einer ganz ungewöhnlichen Arbeitsstelle, nämlich auf dem Hühnerhof, dem Steinefurthof der Familie Hölle in Balingen. Das war hochinteressant, weil das ist mal landwirtschaftliche Produktion, wie sie natürlich auch notwendig ist, nämlich im größeren Maßstab. Hier auf dem Hof sind über 22.000 Hühner, allerdings in Boden- und Freilandhaltung. Und ich finde, das, was ich gesehen habe, zeigt mir, dass auch eine artgerechte Haltung in der Massentierhaltung möglich ist. Wir haben hier heute gemeinsam gearbeitet, Landrat Günter Martin, Pauli und ich, wir haben gesehen, wie die Tiere versorgt wurden, wir haben auch die Tiere kontrolliert, wir haben Eier eingesammelt und wir haben dann nachher in der Eiersortierung mitgeholfen. Das Ganze ist natürlich ein eher ungewöhnlicher Arbeitsort, aber auch in Baden-Württemberg arbeiten immer noch viele Menschen in der Landwirtschaft. Und deswegen möchte ich all denen danken, die dort jeden Tag arbeiten, denn unsere Lebensmittel, vor allem auch die regionale Produktion und Vermarkung von Lebensmitteln, ist ganz wichtig. Und ich wünsche euch und uns alles Gute, vor allem, dass die Landwirtschaft in Baden-Württemberg weiter erfolgreich arbeiten kann. Alles Gute, bis bald, euer Anhörung.